Hallo und einen wunderschönen Nachmittag heute hier aus dem ARA Bogensport Club. Wir sind da in Hermannsschlag und wir gehen heute eine neue Bogensportrunde. Ich war da noch nie und ihr seid mit dabei. Freut mich auch riesig. Was es noch zu sagen gibt ist, dass der Parcours von Montag bis Tänztag gesperrt ist und die genauen Öffnungszeiten fährt nach der Homepage, die ich euch unten verlinkt. Und solange es Schnee liegt, schätze ich mal, wird wahrscheinlich auch der Parcours noch weiter zum Beginn sein, aber das weiß ich leider nicht so genau. Wenn ihr was darüber wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir gehen jetzt gleich die erste Scheiben. Parcours beginnt quasi. Ich gleich nehme einen Einschussplatz und los geht's mit einem neuen Video. Okay, der Hochstand ist anscheinend gesperrt, dass man von oben schießt. Das war's definitiv. Also, wenn es die erste gleich gewesen war, dann war es super gewesen. Jetzt gehören beide. Das hab ich von hinten nicht einschätzen können. Also, das Fieseste dabei bei dem Parcours ist eigentlich, dass vom Wirtshaus da vom Ort da unten alles so gut rauf riecht. Ich glaub, die branden da gerade ein paar Käsekrein raus. Also, das macht schon wieder Appetite. Da ist eine rote Markierung. Ah, okay. Jetzt könnte ein Special Schuss von der Entfernung gemeint sein. Also, probieren wir das. Leider von da nicht erwischt. Dann probieren wir es von blau fahren. Von da sitzt du dann wieder auf Anhieb. So, wenn ich gleich von vorne vom blau geschossen hätte, dann wäre es schön ins Kiel gegangen. Na ja. So ist das. Solche Ziele wie der Dachs da jetzt im Hintergrund, finde ich besonders zu fies. Wenn die da mit Steinen so eingemacht sind, dass man da, ja, Wahrscheinlichkeit, dass man einen Pfeil zerstört, aber ein Größer ist. Trotzdem probieren wir es. Das hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schön ins Kiel geht. Wunderschön. Das ist von der Hand. So, das gefreut mich. Jetzt schießen wir wieder auf eine schöne Straße. Circa 25 Meter würde ich jetzt mal schätzen. Im Hintergrund hört man eigentlich die Fieten, wo wir jetzt die ganze Zeit werken. Obwohl heute Feiertag ist. Weil es auch schon achtet da keiner drauf in der Gegend. Aber gut, wir sind ja irgendwo in einer Schicht. Ja, weiter geht's. Und da unten ist das 12er Tür. Und jetzt zeig ich euch aus der Nähe. Das war ein wenig zu niedrig. Aber da hätte passt. Erster Schuss. Zu Löffer. Alles okay. Nein. Nein. Okay. Ein Känguru. Oh man. Cool. Ich glaube, so ein Känguru habe ich noch nie auf einem Parcours gesehen. Darum gefreut mich, dass es wieder mal ein neues Viech zu entdecken. Irgendwo auf einem Parcours. Schöne Sache. Schöne Sache. Ei, ei, ei. Wo ist denn der hingegangen? Gerade in einer Troppe. Fast durchgeschossen. Naja. Nächstes Mal wieder da. Hoppla. Oh nein. Jetzt habe ich da ein Pfeil geschrottert. Beziehungsweise fast die Kamera. Oh ja, der Vorder. Wahnsinn. Ups. Wenn man denkt, nicht auf die Kamera schießen, genau dann passiert das wieder. Oh ja, der Vorder. No. Zum Glück habe ich nur ein Stativ ein wenig angeschossen. Ein Pfeil. Der schaut so aus. Eintrung komplett. Einfach ein Stativ. Aber genau da. Da habe ich getroffen. Ei, der Vorder. Das muss man mal einer nachmachen. Jetzt schießen wir da aber auf den schönen Wolf. Weil das ist das eigentliche Ziel. Das ist ganz schön ein weiter Bergaufschuss. Wenn man sich das anschaut, da unterhalb von dem Felsen dort schießt man weg. Das ist zum Beispiel die rote Markierung. Das ist die weiteste heute. Sonst war es blau. Die normalere. Warte mal, wo ist der Weg? Ei, nein. Da unten. So. Ja. Einen Pfeilverlust kann ich verkraften. Es ist so viel Kamera. Stativ ist soweit auch okay. Da habe ich jetzt eine kleine Einschusskerbung drauf. Jetzt haben wir nämlich sogar den Ring. Den was das Eindrücken von den Spitzen im Schaft verhindern sollte. Den hat es mir auseinander gesprengt. Also da war schon ganz schön Kraft dahinter. Ja. Hätten wir nicht gemacht. Jetzt kommen wir mal raus da auf die Skibiesten. Da der Lift rauf kommt. Duschtlöscher, Getränkestation. Aha. Das ist mal interessant. Das ist quasi die Laubstelle. Dann gucken wir mal eine da. Jösses. Das ist irgendwie... Ist das eine alte Liftstation oder Kasse? Kasse steht. Nein, das ist eine Getränkekasse. Guck mal was es da gibt. Ne. Empty. Na, sehe ich was. Alles ausgetragen. Gut, dass ich selber mit habe. So, da gleich nach der Laube. Da hinten. Verzweigt sie sich dann da. Die 20er, 34er Runde. Mit ein paar Kuchen. Heute. Noch besser. Aber ich meine es. 100% drauf. Oh, das ist halt so da. Oh, das ist halt so da. Na ja. Bisschen Höcheltzei können. Jetzt passt. Da haben wir noch eine Wurzel erwischt. Ah. Ah. Geht schon her. Also bei der Spende da draußen hätte man jetzt schon fast voll schon rentiert. Es geht da in den Wald rein. Und nicht raus auf die Wiese. Da habe ich nicht an den Pfeil geschaut, weil so viele andere Pfeile da draußen stehen. Aber da kommt man ja nachher wieder vorbei. Also geht man da noch eine Runde mit 10 Zillen da rein. In dem schönen Wald. Jetzt wird ein wenig offener. Es gefällt mir. Die Waldarbeiten haben wir immer noch aufgehört. So was. Reiterfahrer. Ja genau. Ein Roder ist da unten. Ja. Oh. Weiß nicht. Soll ich es probieren? Sicher. Das machen wir doch. Diesmal ein weiter interessanter Schuss. Schauen wir es sich an. Natürlich seht ihr es leider nicht so wie ich aus meiner Perspektive da. So. Es ist sogar am ersten Mal ausgegangen. Ein wenig hoch ausziehen. Und schon kommt. So. Es tut däppert he. Es tut däppert he. Jetzt kommen wir wieder zum Besonnen zu. Besonnen weil. Besonders weil. Da das wieder eine überdurchschnittlich große Steingruppe da ist. Und da muss man schon wirklich perfekt den Bereich da rein treffen. Ups. Die Luft. Ja. Ich stöme natürlich die Herausforderung. Und ich freue mich schon. Hoffentlich wird nicht nur einer kaputt. So das Fische mittig getroffen. Zeige ich noch von wo ich abgeschossen habe. Ist da eben. Sicherheitshalber von dem Blauenflug. Ist nicht ganz so weit. Blends still entfernt. Schwierigkeit ist da weil der Sonn. gerade relativ schwierig steht. Die blenden schon rein da. Aber. Hat alles geklappt. Nichts zerstört. Ja. Schön der Bergpuma da drauf. Ich glaube ich komme am höchsten Punkt von der Bogenschießrunde. Ich glaube ich komme am höchsten Punkt von der Bogenschießrunde. Das war wieder ein schöner Schuss. Das war wieder ein schöner Schuss. Ich glaube da war sogar ein kleiner Schlafplatz da unten dabei. Nein. Geht es nicht ganz aus. In einem Tarp vielleicht. Ja. Da konnte man sich schon was basteln. Ich glaube der ist richtig schön im Kühl. Ja. Da. Ich glaube das ist mein bester Schuss heute. Cool. Nein. Nicht am Sturm. Perfekt. Weiter gehts. Ja. 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 Ich freue mich. Ja. Musik So, meine lieben Bogensportfreunde, ich bin jetzt da an Ziel Nummer 34 bzw. bei der zweiten Labe angekommen und ich werde das Video da beenden, also ich sage danke fürs Zuschauen, ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart, ich hoffe ihr habt Spaß gehabt mit diesem Video, jetzt wieder einen kleinen Überblick da über das Gebiet gekriegt und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal, somit geführt euch, ciao!